In diesem letzten Video möchte ich Ihnen die Möglichkeiten zeigen, die Sie haben mit der VM, CouchDB zu testen und Ihre CouchDB-App zu erstellen, wenn Sie eine solche vorhaben. Leider ist in diesem Teil des MOOCs nicht genügend Zeit, um auf eine NoSQL-Datenbank im Detail einzugehen. Weil ich auch gar nicht voraussetzen kann, dass Sie überhaupt Datenbankerfahrung haben in der klassischen Schreibart SQL-SQL-Datenbanken. Aber dennoch kann man so etwas im Heimstudium erlernen. Ich habe Ihnen zwei, drei Ressourcen im Kurs auf der MOOC-Plattform angegeben. Zum einen die hervorragende Einführung CouchDB, The Definitive Guide. Hier sollten Sie den Ehrgeiz entwickeln und tatsächlich die ersten zwei, drei Teile dieses Tutorials durcharbeiten. Dann haben wir bei Apache CouchDB eine umfassende Dokumentation. Auch diese sollten Sie bei Bedarf konsultieren. Und was mich freut, ist, dass ich Ihnen erstmals eine hervorragende Dokumentation einer RESTful HTTP API zeigen kann, wobei Sie alle Anfragen, die Sie hier gelistet sehen, für die Web-Datenbank CouchDB in der Entwicklungsumgebung, in der VM, direkt ausprobieren können. Also, drei Ressourcen, The Definitive Guide, die Dokumentation zu CouchDB und die API-Dokumentation der RESTful API. Es ist nicht einfach, ArsNova zu installieren. ArsNova besteht aus drei Teilprojekten. Den mobilen Client, das Backend, das eine ausgeprägte Java Enterprise Edition Applikation darstellt, hergestellt mit Spring Framework und einigen Komponenten davon. Und ein Setup-Tool zum Erstellen der View-Dokumente für die CouchDB. Wenn Sie vorhaben, ArsNova, und Sie sollten in der Lage dazu sein, nach den Anweisungen, die Sie auf der Plattform, der MOOC-Plattform finden, dies zu tun, dann schauen Sie vorher, ob Sie genügend Speicherplatz haben. Ich weiß, wir waren da knittelig. Zur damaligen Zeit sind wir von 4 GB USB-Sticks ausgegangen und deshalb die Begrenzung. Sie wissen, dass Sie das ganze Backend starten müssen, um es lokal verfügbar zu haben. Sie benutzen ja nicht das produktive Backend unter ArsNova EU. Das heißt, in diesem Terminal habe ich Jetty gestartet und mit dem ArsNova War File, also dem Web Archive, die Java-Applikation des Backends, das wird hier protokolliert. Und was noch? Und im Firefox läuft die Applikation und im Google Chrome habe ich die Datenbank, die CouchDB, aufgerufen. Sie sehen, beides läuft unter Localhost, aber unter einem anderen Port. ArsNova läuft unter 8080 und die Datenbank unter 5984. Sie können jetzt ausgiebig die RESTful HTTP-API der CouchDB testen. Sie sehen, dass hier Futon, das Administrations-Backend, aufgerufen wird, was eine CouchDB-App ist, das ist eine Anwendung der CouchDB selbst. ArsNova ist relativ leer. Nach dem initialen Setup haben wir diese View-Dokumente. Spielen Sie das Ganze einmal durch. Machen Sie sich vertraut dieser neuen Ansicht, in der neuen Welt von webbasierten, webfreundlichen Datenbanken, NoSQL-Datenbanken, die in einer Fullstack-JavaScript-Anwendung zum Tragen kommt. Nämlich eine Datenbank, die in JavaScript geschrieben ist, also die Datenhaltung, die Applikation selbst und alle weiteren notwendigen Komponenten.